Wir sind jetzt hier auf dieser Ebene. Das ist zu kalt für die. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Kommt, ich gucke wieder. Guck mal, dass wir hinterher kommen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr bei dir, und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr für die. Die haben wir, dass wir immer wieder. Ich bin ein paar Hals, weil es sich reinigert. Oh, Hals, doch? Ich bin ein paar Hals, ich bin ein paar Hals. 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 Entdecken wir immer auf Hals den Land für Ktochnik. Und wir müssen auch schon so eine Kreis ziehen. Und wir müssen die Kreis ziehen. Ich hab jetzt so eine Hälfte, dann sagt er, dass er so runter und ich zieh ihn dann ab. Dann hast du die Frau. Ja, mein Mann. Aber man sieht mir das nicht. Für meine Licht in den Garten, die sind auch nicht. Wie viel Arten hast du mir so? Ja. Ich glaube, das ist richtig. Oh. Schau mal, du bist super. Ja. Wir können hier mal die Augen und das machen, das machen wir so. Ach, Sie werden aber auch sicher machen. Ja. Weißt du jetzt, ich hab's ja nicht so viel. Ich hab's ja nicht so viel, ja. Ich hab's ja nicht so viel, ja. Ich hab's ja nicht so viel, ne, was du da hast. Ja, ich hab's ja nicht so viel, ne, was du denn da hast du da hin. Ich hab's ja nicht so viel. Ich hab's ja nicht so viel. Aber jetzt ist noch viel. Da haben wir gestern mit Schmalkutschen geschickt. Ja. Ja, in Hesse. Da haben wir jetzt einen Steck gemacht. Ich versuche, ihn so zu filmen, dass man nicht den Tag schafft. Ich kann ja schon mal ein bisschen weiter darüber quatschen. Was wurden denn für Verbesserungsvorschläge für Zoos genannt? Ja dann. Ähm, bessere Haltungsbewegung. Und den Atemschutz. Und den Atemschutz. Ordnung. Mehr Bildung. Mehr Bildung. Ganz genau. Perfekt. Dann. Ich könnte euch schon mal ein bisschen Gedanken machen. Fanden die Leute in dem Video Zoos eher gut oder eher schlecht? Ich könnte euch mal ein bisschen Gedanken. Können auch ein paar Stichpunkte dazu aufschreiben. Und dann besprechen wir das gleich noch mit den anderen zusammen. Ja. Ich denke, es scheint, dass sie sich alle Gedanken machen wollen. Das sind doch schon mal, dass wir Gedanken machen wollen. Ja. Kann man schon mal, dass wir Gedanken machen wollen? Ja. Ich möchte noch einfach in den Ereignal rein. Ja, da gibt's nicht mehr. Der Typ ist auch unterhaltlich, wie sie sich. Oh, ich denke, es ist mir nicht die Hose hier, ich glaube, es ist mir nicht die Hose hier, ich glaube, es ist mir nicht die Hose hier. Vielen Dank.